Moin seins und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce mit dem jetzt Magic, ein kleines 2-2 gegen Karunis und Raffi 2-7-7 Stell ich jetzt auch mal vor, die Leute kenn ich ja bestimmt schon aus Spanys LPs, aber ich kann es dir jetzt auch nochmal vorstellen Jo, ich bin jetzt Magic Magic reicht Wer muss ich wirklich sagen? Die sind hier schon Die sind links, Mitte Ja, ich weiß Okay, die sind hier unten am Gang am Glitch Raffi einen Hit gegeben Hochgegangen Ja, okay Wir machen was Gehst du hier lang? Oder hier von... Gut, dann gehe ich hier lang, okay? Ja, dann warte aber eben Irunis, die sind beide bei mir Okay Ich komme raus Join, genau Ich komme rausgerannt Komm, ich habe... Ja, ich habe den alles noch gezogen Den müsst du... Ja, nice Diese Score-Verteilung Ja Wir sind beide gleich schlecht Scheiße Ja Kerunis kommt direkt wieder Den können wir nochmal holen Ja, ich weiß Ich habe auch gerade keinen Warp hier Ja, der hat 10 AP Ja, dann hole ich mir den jetzt nochmal schnell Nein, jetzt kommt aber auch der andere Random angerannt So ein Stealer Was? Das hatte ich von... Scheiße Der hat meinen Warp hier nicht genommen Du bist gestorben? Der hat meinen Warp hier nicht genommen, ja? Ja, der eine hatte noch nichts mehr Raffi hat, glaube ich, nicht mal Premium Raffi hatte full gehabt Ja, außerdem habe ich gerade... Der hat aber nicht mal Premium Ich hatte Aim-Fail, okay? Lass mich Das war jetzt schlecht, aber... Ja, siehste Ich habe Brune's Hälfte gezogen, glaube ich Ja, schäm dich Warum war es nicht Prämie? Okay, die haben jetzt beide Hälfte Leben Toll Ja Ist ja nicht so, dass man porten kann Ja Finde ich auch Ich weiß Wollen wir rushen oder soll ich rechts gehen? Also ich würde sagen, du rennst vor, weil ich nicht mehr ganz so viel habe Dann stirbst du und ich kann wieder die Kids absnacken Der andere steht da hinten Ja, du musst auch helfen Ja, als ob ich nichts mache Das halte ich auch wieder für so ein Gerücht Ja, ehrlich Also Boah, wie? Nein, jetzt kommen die wieder zu mir Behalte dich Ich probiere noch ein bisschen was Ja, renne Okay, Karun ist halt knapp Viertel weg Dann bin ich jetzt auch mal weg Nein, bleib da bloß Sonst Nein, jetzt konnte ich nichts machen Jetzt kamen die wieder zu zweit So angeschissen Warte Warte Die sind beide rechts Mitte Hier Kommen die gerade? Okay Ähm Ne, die gehen gerade hoch Die sind beide hier Pass auf Dann weg, weg Sonst glitchen die uns Oh, die sind beide oben Ja, ich weiß Oh, jetzt hab ich gerade Okay Karunis hat gar nichts mehr Er ist ein Hit zum Prämie Karunis hat jetzt gar nichts mehr Ja, Raffi hat mich nochmal Ich kann nicht mehr hinten Dann spreche ich jetzt mal mit Swarpy schnell runter Okay, Raffi hat wieder Hälfte weg Wenn ich mal wüsste, wo der ist Der ist wieder hier oben Die sind jetzt bei mir um Ja, ja, ich komme hinten vom Spawn Geh dann erst an die Kante Karunis war Ja, Karunis war auf dem Dach Da konnte ich nichts machen Aber bei denen am Spawn Du bringst mich in Lebensgefahr Was, genau Das war nur noch Premium Boah, dann schäm dich Keine Überlebensmechanics Moment, wo sind die? Die sind am Wegrennen Die sind Die gehen jetzt beide zum A Hier und so, weißt du? Ach joo Vor allem, wir liegen in Führung Eigentlich müssten die kommen Ich hab jetzt keinen Bock Zu denen hinzugehen Ich hab nur noch 93 Rüstung Ich hab nur noch Prämie Ja Trotzdem zieh ich Karunis Ganz gut Weil die halt einfach schlecht sind, weißt du? Nein Ja, nein, war ein Witz Raffi hat gar nichts mehr Ja Raffi hat gar nicht Oh leu, jetzt hab ich gerade gefailt Komm, Raffi ist down Nein, Gerunis, komm, mach was, mach was Hälfte weg Ich war tot Das hab ich nicht gesehen, okay Manchmal hab auch ich Tomaten auf den Augen, ja Das ist ein Teamplay hier Auf jeden Fall Heftig Wir sind brutalei, alter Rechts hier rüber, komm, rechts rüber Hier können wir besser ruschen Zwei Sekunden wieder Raffi Haben wir Raffi eigentlich noch getötet? Äh, ja, der hatte wieder voll Oh, der hat wieder voll Ja, jetzt ist er da und Karunis kommt wieder Ja, ich hab gar nichts Der hat auch nicht, das ist ein Hit oder so Ja, ich war bei 13 AP, weil ich gedacht hab, der hat nichts mehr War natürlich schon wieder GG von mir Jetzt hab ich dir aber auch die ganze Arbeit überlassen Weil ich wollte, dass du auch mal einen Kill kriegst, weißt du Oh, jetzt kommt der andere, ich muss hier weg Ja, renn Move in, scheiße Oh, die wollen mich waschen Was? Ja, ich muss weg Das hab ich auch für so ein Gerücht, weißt du Komm, lauf durch die Gange, dann geb ich hier Rückendeckung Ach, als ob die kommen, guck mal, selbst wenn wir in Führung liegen Die sind jetzt hier waagerecht durch, weißt du, hier So Wir sind wieder Ja, die sind wieder mal so am Kampieren Kampieren, weißt du Die schlagen ihre Zelte auf Hm Was nun tun? Ja, aber Raffi steht hier wieder oben und Karunis wieder hinter dem roten Block hinten Naja, da wir in Führung liegen, würde ich mal sagen, ganz gezielt Ich scheiß drauf und ich geh wieder weg, wa? Oder? Ich seh ja nicht mal einen Ich weiß gar nicht, wo der ist Der ist hinter dem roten Block Und der andere auf dem Dach Lass den aber mal Ja Hast du jetzt gesehen, der hat gar nichts mehr Der hat nichts mehr Ja, ich weiß Komm, Alter, ich lass dich nicht sterben Ich lass dich nicht sterben So Nett von dir Ja, siehst Hab auch eine ziemlich viel HP noch Wie viel hast du noch? Muss ich sagen, zwei Boah Also solide überlegt, würde ich mal sagen Auf jeden Fall Bei einem wär knapp geworden, aber Auf jeden Fall Für dich geht eigentlich Na, auf jeden Fall Okay, die kommen jetzt Okay, Raffi ist es da Jo Mach du da mal, dann geh ich mal hier unten hin Aua Aber wo war das hier mit der Glückschapur? Ey, ganz ehrlich, ne? Kein Kommentar, ja Nein Sag's dir gleich Ja Ich weiß schon, was du mir sagen willst Hier, du willst ihm Das hier sagen Ja, ein Herz Auf jeden Fall Kerunes ist links Raffi rechts No homo Ich würde sagen, wir gehen zuerst auf Kerunes Der ist links, ne? Der eine ist gerade hier am Weggehen Jetzt Der eine ist sogar wieder auf dem Dach Nein, doch nicht Ja, der ist sehr gut auf dem Dach gewesen Auf jeden Fall Auf jeden Fall Mal wieder so ein kleiner Baumschüler, weißt du? Na egal, ich hätte sowieso nichts mehr So ein bisschen Self-Killen kann da auch nicht schaden Am besten noch Bist du schon wieder tot? Ö Tod, wie? Der war kein Ja, ich aber Guck, da hinten ist Raffi, der mir schon wieder alles gezogen hat Irune ist Hälfte Ja, okay, nice Pass auf, wir machen jetzt mal folgendes Wir stehen hier rum und warten, dass sie rauskommen Weil wir immer noch zwei Punkte an Führung liegen Raffi, Hälfte Alter, komm, lass gehen, Mann Ja, ich kann nicht Ich muss mal eben auf meinen Pott warten Sonst habe ich Gefahr Prämie gezogen bekommen Prämie Okay EG Ja, ich habe Radar, die sind da Hinten immer noch am Kampieren Einer kommt, einer kommt Nee, der zwei, dahinter kommt Nein, nein, ich gehe wieder zurück Die Der eine geht jetzt zurück Der andere steht ja immer noch so rum, weißt hier so Ich weiß, wir liegen in Führung und gehen trotzdem hin Ja Ja, natürlich Guck mal hier, da ist ein Schuss hingekommen Pass auf, dass Kironis nicht von rechts kommt Tut er nicht, da bin ich zuversichtlich Okay, nein, die sind beide hier vorne Einer ist auf dem Dach, einer ist wieder auf dem Hof Nee, einer steht auf dem rechten Ich wette mit dir in den letzten 20 Sekunden oder so, kommen die nochmal raus Kironis hat wieder Hälfte Leben Ja, ich habe gar nichts Boah, Mann Oh, lol, wie er mich gerade nicht trifft, das muss ich ausnutzen Rafi trifft mich dafür, aber umso schlimmer 80 Sekunden, jetzt werden sie nochmal kommen Mach dich bereit Get ready 3, 2 Nee, doch nicht Die haben beide nichts mehr, komm Ja, wir haben gewonnen, Alter Oh, lol Aber ich habe den Score nicht mehr, wirklich Ja, das tut mir leid Ja, gut Ich hoffe, ihr habt das LP gefallen Man sieht es dann beim nächsten Mal wieder